telemy pirat feuer schön vergiftet ja kampf was habt ihr da lalala gehen wir da rum und wenn so feuer feuer kampf die man nicht ganz so schlimm die moment zwei erledigt so auch vergiftet so so wir gehen dahin nein 13 le hallo die waldfee aber das gift ist weg das ist gut treffen auch alle das ist geil du begibst dich mal außer Schussreichweite ja jetzt ist gut alter da fuck sie ist immer noch vergiftet ähm so man geh mal einen schritt nach vorne du gehst mir auf den Keks das die ganze zeit so extrem durch den Bild wir treffen auch mit jedem Schuss wieso wenn ist die Position ist die tot stirbt ganz geil das war's das war's hab ich die weiter der Wirt schaut euch fragt der Wirt so ist es sie erzählt ein wenig über den Ort seine Geschichte und von Heldentaten die angeblich vollbracht hatte ehe er sein Leben in ruhigere Bahnen lenkte das für euch interessanteste das zu berichten weiß ist folgendes nach Mannren gibt es einen Pfad wenn ihr euch anstrengt kommt ihr vielleicht in einem Tag ganz über die Insel falls das nicht klappt könnt ihr immer noch versuchen bei Vierengor in der Hütte unterzukommen das war mal ganz interessant aber interessant ein Schild mit der Aufschrift Tio Mars Waffnir der bin ich tatsächlich aber was wollt ihr von mir nein mit Hügelig bin ich nicht verwandt versuchen nach dem Schwert das kennen wir alles oder ihr fragt er zögert einen Moment lang doch schon ich habe da ein Erbstück von Hügelig aber das kriegt ihr nur wenn ihr mir fehlt so da oben sind wir gut das heißt diese Doppelfahrt habe ich mir jetzt gerade erspart ach hier kann man weiterreisen nach Mann äh könnte man gut ob wir es jetzt tun müssen weiß ich nicht was wir machen können auf jeden Fall weiterreisen nach das speichere ich jetzt auf jeden Fall erstmal dort ab in den Hafen und wir reisen nach da dann reisen wir da rüber irgendwie so wir haben die Möglichkeit da hin zu reisen ich glaube wir machen erstmal da hin weil da haben wir ja eine Quest die wir machen können ich habe nicht auf den Preis geachtet das fand ich jetzt so doof aber egal wir müssen sowieso darüber dann machen wir das so vier Stunden schon fast aufgenommen wieder ich glaube ich sollte jetzt langsam mal eine Aufnahmepause machen aber das kriege ich jetzt noch raus wie es jetzt hier weitergeht so das ist hier zu Ende das ist hier zu Ende da kommt man nicht durch schade da kommt man auch nicht weiter ja ich renne gerade so wieder quer durch die Gegend ich will die Stadt erkunden oh hier haben wir einen Marktplatz so weil der Ort ist auch nicht gerade klein gibt viel zu erkunden muss man sagen das ist wirklich nicht klein wo gibt es jetzt hier hin irgendwo hinter gibt es hier irgendwas nein nur ein Heiler wir brauchen genau das Gebäude und auch hier wieder weiter danke ja und Information das sicher an der Theke winkt ein borländischer Held ihr schaut euch sie wohnt in der Hafengasse so da da das heißt hier geht's ran eine sehr hübsche junge Frau öffnet euch die Tür ihr wollt zu mir wenn ihr Ragnar sagt er seit ein Jahr ja die bin ich und wie kann ich euch helfen sagt euch die Legende von irgendwas sicher sagt mir der Name was wir sind auf den entbeerungsreichen gefährlichen und epischen Suche nach seinem Schwert ihr erzählt eure Geschichte von vor nicht ohne den auf dem Weg hierher geschlagenen Basilisken zu erwähnen was da werde ich euch kaum weiterhelfen können warum fragt ihr nicht Osleif Olgatson aus Feldstein das ist ein direkter Verwandter von Högelig oder ihr könntet seine Großnichte Swafnild Egelsdotter aufsuchen ich glaube sie wohnt in Skjal fährt aber die meiste Zeit mit ihrem Schiff Jalans stolz die Küste ab gut das haben wir schon ja wartet mal sie grübelt da gibt es noch einen direkten Verwandten in Fexcare er heißt Geralt oder so ähnlich ach ja Högelig hatte eine Braut von der gibt es auch noch einen Verwandten Jurgh Thorfinzson aus Skjal kann ja sein dass der euch auch weiterhelfen kann obdang wisst ihr vielleicht noch was nein sonst wüsste ich niemanden aber ich habe etwas anderes das vielleicht von Interesse sein könnte eine Karte die ich geerbt habe soll aus Högeligs Nachlass stammen könnt ihr die Karte mal sehen ach wegen mir könnt ihr sie sogar behalten wartet einen Moment sie verschwindet kurz ihr betrachtet das Pergamentstück und neues Stück aber leider ist da so ein Loch drin beim S äh rechts links rechts ne gut aber irgendwie ist die Karte wohl nicht so richtig zusammengesetzt irgendwas passt da nicht na gut nun ich will doch meinen dass ich euch weitergeholfen habe oder also ich muss mich jetzt sehr lange reisen Vorsicht ähm ja gut ich würde sagen wir reisen zu Fuß allein schon aus dem Grund oh wir haben Level Up das ist ja geil das heißt wir werden im Camp gleich mal ein Level Up durchführen ja das werden wir jetzt nämlich auch gleich tun Stufenanstieg nein nicht automatisch schlimmste Energie welche positive soll verbessert werden Fingerfertigkeit Ast rein Todesangst hat nicht geklappt Kampfwerte wir machen auf jeden Fall Schusswaffe um eins rauf geil haben wir da können wir nichts weiter verbessern so Talente Betüren nicht abrichten auch nicht Alchemie auch nicht Pferden suchen erhöhen wir mal äh Fesseln gehen wir auch ein bisschen was rein Orientierung ist nicht schlecht Pflanzenkunde oh schon alles verbraucht naja macht nichts weil ganz ehrlich ich wüsste nicht was ich für den Rest bräuchte Gott wichtig war dass Waffen Fähigkeiten hochgegangen sind der da da brauchen wir Körperkraft wahrscheinlich gut Körperkraft erhöhen wir Stufenanstieg nein Körperkraft naja Todesangst haben wir den äh Goldgier aber glaube Jezorn ach egal die Todesangst weg Kampfwerte Grundwerte können wir so in die Steigerung Kampfwerte wir haben hier Äxte 9 haben wir ja gesteigert das ist schön kann da besser zuhauen das ist gut das ist mal gut Kampfwerte äh Grundwerte Talente alles was in die Körperkraft einfließt Fesseln äh Eigenschaften Schlösser bestes Beispiel Öffnung von Schlössern aber auch richtig Fingerschöpfen Zauersprich brauchen wir nicht Gewandtheit schickt mit eleganten plötzlich wegen aufsiedelnden Hindernissen auszuweichen Intuition äh maßenige gewohrene Gemückeligkeit hm ich muss hierher nießen gibt es doch gar nicht so nee wir da so Intuition oder Mut 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 äh Kampf Mut ist auch wichtig Akrobatik nicht Körperbeherrschung das wäre vielleicht auch nicht schlecht was haben wir noch so in mut attacke mut gewandt hat körperkraft das heißt gewandt hat man auch was level klettern pferden suchen naja schleichen da brauchen wir nicht gerade tanzen nicht unbedingt verstecken war vielleicht auch nicht schlecht mut geworden körperkraft körperkraft haben wir eigentlich soweit alles drin das beherrschung körperkraft plus zwei dadurch natürlich nicht schlecht die attacke wurde leider nicht dadurch erhöht natürlich 5 16 29 und 12 sind 31 41 geteilt durch 5 reicht noch nicht dass wir das zu steigern schade weil ich wüsste nicht wie das sonst erhöhen könnte also es geht wahrscheinlich nur darüber mut gewandt hat und körperkraft muss erhöhen hier bei dem ja gut da speichern wir jetzt erstmal wieder weiter reisen also schön ja auf jeden fall mehr wieder level ab gehabt was uns natürlich auch vom vorteil im kämpfen ist wir rasten vor jetzt habe jetzt die vorderstatt weiterreisen kommen wir ein bisschen bei tag an weil ausnahmsweise so rennen wir mal ein bisschen durch die ort hier da scheint eine mauer zu sein die eingezeichnet ist nö gibt es doch gar nicht wir müssen durch den ort rennen scheint ziemlich eingekesselt zu sein das ding da steht noch jemand na ja dann sind wir fast raus aus dem ort in der stelle ich glaube das war es auch schon wir haben auch die mitte da kann man ein bisschen rüber und jetzt zur mitte noch und dann sind wir durch so ich würde sagen verlassen den ort auch gleich wieder und reisen hier runter zumrufen zumrufen Vielen Dank.